Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht von mir und heute wird es für mich persönlich wieder spannend, denn ich habe mal wieder ein kleines Equipment-Teil für mein Studio hier genehmigt und zwar ich will eventuell die ganzen Softboxen durch LED-Panels ersetzen. Einige von denen sind schon so drei Jahre alt und da sind eben noch solche Energiesparlampen drin und die möchte ich gerne tauschen. Ich habe mir jetzt erstmal so von Neewer ein LED-Panel besorgt und das seht ihr hier. Auf der Rückseite gibt es hier eigentlich keine weiteren Infos, also nur hier den Hersteller Neewer ist ja so dem ein oder anderen schon bekannt. Die machen sehr viel preiswerte Produkte im Fotobereich, also Stative, Lampen, Hintergründe, Softboxen, Rollwägen und so weiter. Das ist eine Marke, die, sage ich mal, schon ein bisschen etablierter ist und dieses LED-Panel werde ich jetzt mehr mal anschauen. Ich hoffe mir da viel von, was dann letztlich endlich mal rauskommt, erfahrt ihr erst mal im Testbericht und das werde ich auf Dauer dann hier im Studio erfahren. Ich öffne das Ganze jetzt einmal und im Karton selbst haben wir einmal hier eine Riesentasche und sonst nichts. Also, die Tasche ist hier drin, den Karton lege ich jetzt beiseite, dann kann ich nämlich hier besser weiterarbeiten. Das hier ist die Tasche und wir sehen natürlich, in dem Fall ist hier kein Lichtstativ dabei. Das heißt, ihr müsst eben schon Stative haben, das ist bei mir der Fall. Ich habe verschiedene Stative, wenn nicht, müsst ihr eins dazu kaufen. Ich gehe mal erst mal hier oben hin und öffne mal diesen Klettverschluss, denn man kann hier das zusammenkreppen und öffnen und dann schauen wir uns mal an, was sich hier in der Box befindet. Das ist auf jeden Fall eine Tragetasche, eine praktische, für mich jetzt egal, ich sitze hier nur im Studio. Da ist das Ganze drin, da haben wir zuerst mal hier oben Paketinhalt, Informationen, dann hier ein Info-Manual, also eine Anleitung. Da steht halt drin Funktionen, Newer Guide, wie wird das Ganze hier eingesteuert. Man kann dann nämlich auch Batterien einlegen und hinten dran gibt es auch noch so ein Display mit Einstellungen und allem. Das ist also schon ein bisschen ein Strahler, mit schon ein paar mehr Funktionen. Und wenn ich das richtig sehe, ist das hier aber alles auf Englisch. Gut, für mich jetzt kein Problem, ihr erfahrt auf jeden Fall im Video alles darüber. Dann gibt es hier noch einen weiteren Zettel, das ist die Garantie-Bestimmung. Die sind auf Deutsch verfügbar, okay, und auf Englisch auch unter anderem. Okay, schauen wir mal weiter. Jetzt wird es interessant, das hier ist nämlich der Strahler. Den nehme ich hier direkt mal heraus und lege ihn beiseite, denn darunter gibt es noch Anschlusskabel, simples Stromkabel hier, dann ein Netzteil hier, simples Netzteil, sehen wir hier auch. Und jetzt schauen wir uns mal einen Strahler an. Tasche beiseite. Das hier ist der Strahler und da sehen wir zunächst einmal, das hier ist aus Metall. Das ist kein Plastik, wie so öfter der Fall ist bei solchen Lampen. Das hier ist aus Metall, also das Stück hier unten ist aus Metall, das hier ist aus Metall. Die Barndors, also das sind diese Klappen hier, die sind auch aus Metall. Die Klappe ich jetzt gerade mal auf und damit kann man quasi das Licht ein bisschen lenken, wenn da was blendet und so weiter. Das hier ist der Inhalt und das sehen wir auch hier direkt zu Schrauben, um diesen Rahmen zu entfernen. Also wir könnten diese Barndors entfernen, wenn wir hier diese Schrauben entfernen. Und das ist hier ein Diffusor noch drin, den können wir auch abnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das werde ich aber auch noch alles filmen und dann zeigen, weil das ist jetzt hier aus meiner Position raus ein bisschen schwer zu realisieren. Ich klappe das jetzt wieder zu. Dann schauen wir uns das mal seitlich an. Ihr seht hier meine Hand. Also das ist ein relativ schmaler Strahler. Wiegen werde ich den auch noch. Der ist es auch nicht so schwer. Also gefühlt geschätzt würde ich jetzt sagen maximal drei Kilo. Aber wie gesagt, das ist geschätzt. Das Wiegen kommt dann auch noch. So, hier oben natürlich der Warnhinweis. Also nicht das heiße Panel anfassen. Klar, heiße Lampen sollte man nicht anfassen. Und wenn das hier heiß wird, lass es logischerweise wird. Dann sollte man halt auch nicht das anfassen. Wie warm das wird, werde ich aber auch noch dann prüfen. Hier seitlich gibt es eben solche Drehräder. Wir können nämlich das Ganze dann, wenn wir das hier quasi dann ausgerichtet haben und wir das hier anziehen. Dann ist der quasi fest und bewegt sich hier nicht mehr zum Ausrichten. Das löse ich jetzt aber wieder, denn ich möchte euch die Rückseite zeigen. Also drehen können wir den auch quasi hier in alle Richtungen und können das quasi ja über Kopf. Also da positionierungstechnisch gibt es da quasi Ultraflexabilität, keine Grenzen. Das ist die Rückseite, da ist noch so eine Schutzfolie drauf auf dem Display. Das entferne ich, denn es gibt hier verschiedene Einstellungen. Wir haben hier Drehregler mit Rasterstufen und hier zwei Akkuslots. Das ist das Display und hier An- und Ausschalter. Und hier kann man vermutlich die Akkus wechseln. Da muss ich mir noch anschauen, genau, dann den Test. Und es ist so, ihr könnt das Ding also auch mit Akkus betreiben hier. Und da kann man so diese typischen Akkus reinstecken. Ich habe jetzt gerade den Typennamen vergessen. Das werde ich unten einblenden. Hier liegt, glaube ich, auch noch einer rum. Beziehungsweise ich muss mal gucken, ob das der gleich ist wie bei meinem Monitor. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Sieht ähnlich aus. Aber wie gesagt, ich blende den Typ unten ein. Das ist jetzt auf jeden Fall die Rückseite gewesen. Ich drehe den jetzt auch nochmal seitlich. Wege das jetzt hier nochmal von der Größe her. Seht ihr das hier auch? Ich nehme jetzt gerade mal noch ein Lineal zur Hand. Also der ist so ungefähr hier seine 23 Zentimeter breit. Und die Höhe, die liegt dann hier so bei ungefähr 20 rum. Also, das war es jetzt hier auf jeden Fall erstmal vom Unboxing. Ihr habt gesehen, der Strahler, was da so grob, was der so dran ist, wie es mit der Verarbeitung aussieht. Wie gesagt, im Anschluss wird es noch einen detaillierten Test geben, detaillierte Fotos. Ich werde das alles noch zeigen. Also von der Verarbeitung her ist das schon mal hier Metall. Das wirkt erstmal hochwertig. Und ich werde mir jetzt hier eben alles im Detail anschauen. Werde mir anschauen, was gibt es hier für Einstellungen, wie funktioniert das Ganze, was gibt es sonst noch so zu wissen. Wie sieht es mit dem Licht aus? Wie gesagt, das ist ein LED-Strahler. Und dies und mehr erfährst du jetzt im Anschluss im Megatestbericht. Der Aufbau des LED-Panels Was ich jetzt einmal direkt machen möchte, ist eine kleine kurze Analyse, wie viele dieser LED-Panels bzw. LED-Videolomben eben aufgebaut sind. Dieses Panel hier verfügt über 530 LEDs. Die sind aber in drei Gruppen unterteilt. Mit 136 Stück für Weiß, 136 Stück für Gelb und 256 Stück RGB. Wieso ist das jetzt wichtig? Ganz einfach, weil die LEDs nie alle leuchten und das Licht je nach Wahl auch deutlich schwächer ist, dazu gleich mehr. Wenn wir zum Beispiel eine RGB-Farbe wählen, dann leuchten nur die 256 RGB-LEDs. Gehen wir auf einen Kelvin-Wert von 5500K zum Beispiel, dann leuchten nur die 136 weißen LEDs. Wählen wir dagegen gelbliches Licht bzw. Licht in Richtung Gelb durch Kelvin-Werte von um die 3000K, dann leuchten beispielsweise nur die gelben. Also auch wieder nur 135 bzw. 136 Stück waren es. Wenn ich dagegen einen Kelvin-Wert von um die 4000K wähle, dann wird quasi Weißes mit Gelbem Licht gemischt und dann leuchten auch die gelben und die weißen LEDs. Das Licht ist dann natürlich auch heller. Das Problem, was ich jetzt hier habe, ist, dass ich sehr oft Werte bei um die 5500K benötige, weil die anderen Softboxen haben auch diesen Kelvin-Wert. Und dadurch, dass hier dann nur 136 LEDs leuchten, habe ich massive Lichteinbußen. Ist ja klar, es leuchten nicht alle LEDs, sondern nur 136 Stück. Das ist auch das Problem, was ich jetzt hier habe. Ich erreiche zwar das Licht, was ich brauche, dabei ist dann aber nur ein Viertel der LEDs aktiv und mir ist das dann für meinen Anwendungszweck auch nicht hell genug. Bei Nicht-RGB-Lampen haben wir übrigens oft den Zusatz B. Dann ist die Hälfte der LEDs meist weiß und die andere gelb. Auch hier würde dann nur wieder die Hälfte leuchten, wenn man zum Beispiel eben komplett ins Gelb oder komplett ins Weiß geht. So, das wisst ihr erstmal so grob über diese Panels Bescheid. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal genauer an. Und zwar mit einem Live-Lichttest mit der App. Und damit geht es jetzt weiter. Live-Lichttest und die App. So, jetzt kommen wir zu einem Live-Lichttest. Und ich sitze hier neben der Lampe, die steht hier rechts. Der Abstand beträgt so ungefähr 90 Zentimeter. Den Diffusor habe ich drauf gemacht, dass das Licht nicht so hart ist. Ohne wird das Licht nämlich härter. Das will man in den wenigsten Fällen. Ich zumindest. Und jetzt werde ich euch hier alles live mal demonstrieren. Wundert euch nicht, wenn ich aufs Handy schaue. Denn ich werde hier alles mit der App steuern von Neewer. Und die blende ich jetzt auch rechts ein. Da sehen wir hier erstmal Infos, Gruppenfunktion, Lieblingsfunktion. Und sehen jetzt hier die Startseite von der App quasi. Okay, anmelden, anmelden, touristisches Muster. Natürlich wieder komplett falsch übersetzt. Man kann sich hier ein Konto anlegen, muss man aber nicht. Man kann auch touristisches Muster anklicken. Dann ist es so, dann können wir über das Pluszeichen hier die Lampe hinzufügen. Habe ich auch gemacht. War einfach, hat auch auf Anhieb funktioniert. Dann kann ich die hier zum Beispiel an- oder ausschalten und steuern. Und das Steuern werde ich euch jetzt alles hier zeigen. Ich werde eben währenddessen immer wieder mal auf mein Handy schauen. Die Bahn-Doors habe ich auch komplett ausgeklappt. Also dass wir das maximale Licht hier von rechts haben. Ich kann das hier mal leicht abdecken. Das seht ihr mit der Hand. Ich kann das erreichen. Und jetzt begeben wir uns gerade mal hier direkt in die Steuerung. Also an- und ausmachen kann ich es. War ich kurz weg. über die App. Und hier kommen wir zur Lichtsteuerung. Es ist so, es gibt da quasi drei LED-Gruppen sind da verbaut. Einmal Weißlicht. Das ist das, was ihr jetzt habt. Das ist das maximale Licht weiß auf 5600 Kelvin. Und wenn wir das Ganze jetzt runterregeln, dann kommt noch Gelb dazu. Ich zeige euch jetzt aber erstmal die Helligkeit auf der Stufe. Und zwar gehe ich jetzt hier Schritt für Schritt runter, dass ihr das mal sehen könnt, wie wir das hier einstellen. Und ich habe für dieses Video auch die ISO so gesetzt, dass ich das so gut wie möglich darstellen kann, was ich im Auge sehe, wenn ich in der Kamera stehe. Das geht natürlich nicht eins zu eins. Und die Werte werde ich euch aber einblenden, dass ihr da auch ein Gefühl für kriegt. Ihr könnt nämlich logischerweise beim Film, ich könnte jetzt den Lichteffekt verstärken, indem ich die Blende einfach runter mache und die ISO hoch. Aber darum geht es ja nicht. Ich will das möglichst so darstellen, wie es dann auch wirklich ist. Das war jetzt die Helligkeit auf 5600 Kelvin. Jetzt gehe ich mal hin und senke das Ganze auf 5000. Und jetzt schalten sich langsam die weißen LEDs hinzu. Das heißt, jetzt habe ich zwei Reihen LEDs, die leuchten, die weißen und die gelben. Ich habe das jetzt auf halber Stufe, also 4400 Kelvin. Ich blende das eben immer ein, permanent jetzt. Das seht ihr ja immer. Achte da also auch drauf. Und jetzt gehe ich mal hin und tue die Helligkeit auch langsam wieder senken. Das Problem ist jetzt natürlich, wir haben jetzt etwas helleres Licht. Sollte man auch sehen. Aber, als so, das wäre jetzt voll weiß, das wäre gelb. Das sollte leicht heller sein. Das Problem ist aber, dass wieder Mischlicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel hier filme, arbeite ich meistens auf 5500 Kelvin. Wenn ich da jetzt gelbes Licht rein mische, muss ich nachher wieder einen Weißabgleich, Farbkorrekturen der Mischung machen. Das ist halt wieder nervig in meinem Fall. Ich gehe jetzt mal hin und schalte komplett nur das Gelblicht ein. Dann sind die weißen aus. Das ist jetzt so. Das ist auch wieder nicht ganz so hell. Das ist ja auch logisch, weil wieder nur die Hälfte leuchtet. Ich werde auch unten einblenden, wie viele LEDs eigentlich diese Reihen sind. Wie viele es da gibt, ich glaube es waren 136, weiße 136, gelbe und 256 RGB. Wenn ich mich recht entsinne, ich blende es wie gesagt unten ein. So sieht die Helligkeit dann aus, nur mit Gelb. Auch hier werde ich die Helligkeit wieder langsam mal senken, dass ihr das sehen könnt. Und wir müssen natürlich auch die Nähe zur Lampe bedenken. Umso weiter die weg steht, umso weniger Licht kommt hier an. Mal kurz gesagt, deswegen jetzt so, sagen wir mal 90 cm ist schon relativ nah neben mir. Ich benötige eigentlich Lampen, die heller sind, aber dazu gibt es später mehr im Fazit. Jetzt gehe ich wieder hin, drehe das voll auf weiß hoch und jetzt schauen wir uns die RGB-LEDs an. Jetzt ändere ich mal die Farbe. So, jetzt habe ich die Farbe verändert. Und das sehe ich jetzt hier auch. Jetzt sind auf einmal die weißen und die gelben aus. Und diese 256 RGB-LEDs sind dann an. Und die gehe ich jetzt mal durch von der Farbe her. Den Farbton mache ich jetzt mal auf 100. Jetzt gehen wir mal hier kurz die Farbe durch. Grün, blau und so weiter. Das ist halt eine nette Spielerei. Ihr müsst überlegen, brauche ich wirklich Farbe? Damit kann man Akzente setzen. Muss man überlegen aber, ob man das auch wirklich braucht. Bei mir ist es so, ich will nicht unbedingt die Produktfarben verfälschen. Bisher habe ich da keinen Anwendungsfall für. Muss man mal schauen. Weil momentan will ich eigentlich die Hauptlichter umbauen, nicht die RGB. Irgendwelche RGB-Spielereien machen. Aber RGB kann das Ganze hier eben. Das seht ihr jetzt. Ich gehe jetzt auch mal durch. Gehe mal auf Rot und dann gehe ich jetzt mal hin und tue die Sättigung verringern. Wenn ich natürlich die Sättigung runterdrehe, dann geht das in die Mitte. Und ist jetzt eher wieder so weiß-bläulich. Ihr seht auch diesen Kreis. Der bewegt sich immer mit. Da tippe ich jetzt mal mit dem Finger rein. Ich kann das auch über den Kreis steuern, das Licht. Wie gesagt, ist das RGB. Und da zeigt er das aber auch an. Wenn wir das über die Regler machen, sieht man auch, dass sich das hier verschiebt in diesem Kreis. Jetzt kann ich Favoriten speichern. Wenn ich das jetzt sage, ich habe jetzt als eingestellt und ich tippe hier unten rechts auf den Stern. Dann speichert er Favoriten. Die kann ich auch benennen. Die zeige ich euch jetzt mal. Wenn man links oben auf den Pfeil zurück tippt, kommt man hier auf die Startseite. Dann gibt es hier unten einen Stern in der Leiste und da habe ich meine Favoriten. Also zum Beispiel hier so gelblich, rot, blau, noch eine Art blau und dann jetzt wieder weißlich. Zurück zur Startseite. An und ausschalten habe ich bereits gezeigt. Gruppieren kann man hier Lichter auch. Wenn man mehrere hat, kann man Gruppen machen. Habe ich nicht. Ich habe nur eins. Geht aber. Ist eine Funktion. Habe ich euch gezeigt. Zurück auf die Startseite. Wieder zurück ins Licht. Es gibt hier noch den Szenen-Modus. Da ist es so, das sind so, für mich sind das Disco-Funktionen. Wenn es irgendwie Probleme mit flackerndem Licht hat, sprich Epilepsie, der sollte es besser ausschalten. Jetzt wird es dann wieder ein bisschen rumblinken. Der erste Modus ist so ein Blink-Modus. Der blinkt jetzt hier total durch. Habe ich Disco-Style. Da gibt es drei Modi. Es gibt A für schnell, B für mittel und C. Da blinkt er auch in Abständen. Dann haben wir diesen Party-Modus. Auch wieder blinkt er auch wieder die Farben durch. B, auch wieder hier Blinkerei. Macht mich schon ganz verrückt. Dann gibt es C. Da blinkt er auch jetzt hier wieder alles durch. Dann haben wir noch Stroboskop-Modus. Jetzt falle ich gleich vom Stuhl. B, dann macht er auch wieder eine Variation davon. Und C, dann ist das Ganze langsam. Blinkt er da an und aus. Und ich kann jetzt hier die Helligkeit auch noch verändern, wenn ich das möchte, von diesen Modi, dass sie nicht so hell sind. Also kann man Effekte mit machen. Ich drehe keine Filme. Da hat man vielleicht eine Verwendung für, für solche Effekte, wenn man da was macht. Aber bei mir eher nicht. Ich gehe jetzt wieder noch zurück ins Hauptlicht. Setze diesen Modus mal wieder zurück. Die Frage ist, wie deaktiviere ich das dann wieder? Sehe ich jetzt gerade nicht, wie ich das deaktiviere. Licht an, Licht aus. Dann ist es auf jeden Fall deaktiviert. Ich habe jetzt gerade keinen... Okay, der Modus, wie schalte ich die Szene ab? Gute Frage. Da muss ich wahrscheinlich an die Kamera und den Knopf hinten drauf drücken. Das ist ein bisschen eigenartig. Muss ich gerade mal schauen. Ja. Mit den Reglern jetzt hier drin an, aus, habe ich den Modus wieder deaktiviert. Ich drehe jetzt auch mal noch meinen Kopf, dass ihr das auch mal seitlich hier sehen könnt, wie das aussieht, wenn ich hier direkt ins Licht schaue. Und ich kann jetzt diesen Strahler auch noch mal ein bisschen wegstellen. Ich stelle ihn jetzt... Ich habe den Strahler jetzt spaßhalber mal hier ungefähr 50 Grad hingestellt. Der Abstand beträgt jetzt zu ungefähr 1 Meter. Damit ihr da auch mal seht, wie es lichttechnisch aussieht. Und ich habe jetzt euch auf jeden Fall mal ausführlich gezeigt, wie das Ganze hier aussieht, was man damit so machen kann. Die sind durch diese LED-Mischung, also durch die Mischform mit der Anzahl der LEDs, da werde ich auch noch mehr im Test dazu sagen oder schon gesagt haben, sind die natürlich von der Helligkeit nicht ganz so hell. Dazu wird es dem Fazit dann auch noch was geben, denn das Licht eignet sich nicht für mein Vorhaben, zumindest nicht das momentan, später vielleicht mal, wenn ich Akzente über LED RGB setzen will. Aber das will ich momentan nicht machen. Und ich habe euch jetzt auf jeden Fall hier mal live gezeigt, wie das hier aussieht, damit ihr da eine möglichst gute Vorstellung von habt. Und jetzt geht es erst mal weiter. Verarbeitung, Handling und Infos Die Verarbeitung habe ich im Unboxing ja bereits gezeigt, aber hier nochmal die Zusammenfassung. Der Strahler wirkt generell hochwertig, weil hier sehr viele Elemente aus Metall gefertigt sind. Die U-Halterung samt Stativhalterung besteht aus Metall. Das gilt auch für die Bahn-Doors, mit denen wir das Licht etwas ablenken können und Bahn-Doors, das sind eben diese Metallklappen. Es ist möglich, die Halterung samt den Bahn-Doors komplett abzuschrauben, was ich hier aber nicht gemacht habe. Die Rückseite, dort wo sich die Regler und das Display befinden, sind aus Kunststoff. Die beiden Schrauben, mit denen wir den Strahler in der Rotation fixieren, sind auch aus Kunststoff gefertigt. Seitlich sehen wir noch jeweils ein schwarzes Element, das ist auch aus Kunststoff. Generell muss ich sagen, dass mich die Verarbeitung für den Preis echt überrascht hat und das Teil wirklich erst mal hochwertig wird. Nachteile hat Metall allerdings auch, denn es ist schwerer als Kunststoff. Das Gewicht liegt aber trotzdem nur bei 1516 Gramm. In der normalen Position können wir den Strahler rotieren, allerdings nicht wirklich nach unten neigen, denn da stoßen dann die Bahn-Doors an die U-Halterung an. Nio hat hier aber mitgedacht, denn die Stativhalterung hat noch eine Bohrung quer. Wir können den Strahler also auch so montieren, dass die U-Halterung horizontal verläuft und jetzt kann der Strahler auch problemlos rotiert werden, Problem gelöst. Die Gewichtsverlagerung ändert sich hier dann allerdings nach vorne, das heißt, ihr braucht ein stabiles Stativ. Es gibt auch einen Diffusor, den wir einschieben bzw. entfernen können und darunter sehen wir alle LEDs. Der Diffusor sorgt dafür, dass das Licht leicht weiter streut, bis es weicher ist, auch die Schatten weicher werden und in Reflexion ist da natürlich auch eine vieregige Fläche zu sehen und nicht viele kleine Punkte. Ich habe einmal eine kleine Demo mit Licht aufgenommen, wo ich den Diffusor entferne und wieder einstecke. Da seht ihr dann so ungefähr, wie viel Licht der schluckt. Es ist nur minimal. Am Panel gibt es dann auch noch auf jeder Seite einen kleinen Plastikhebel, der herausgezogen werden kann, damit der Diffusor nicht herausrutscht. Klappen wir die Bahn-Doors komplett zu und schalten den Strahler ein, dann kommt noch etwas Licht durch. Seitlich tritt auch noch Licht aus. Die Bahn-Doors schließen also nicht komplett ab, eventuell für den einen oder anderen eine wichtige Information. Für mich spielt das jetzt erst mal keine Rolle. Wir könnten so ein Problem aber auch leicht mit etwas lichtundurchlässigem Klebeband fixen. Die Bahn-Doors selbst bewegen sich sauber und geschmeidig, da läuft alles gut. Es gibt seitlich links und rechts auch noch ein typisches 1,25 Zoll Gewinde, wie es oft an Video- und Foto-Equipment vorzufinden ist. Das komplette Kabel samt auch dem Netzteilkabel usw. also zusammengesteckt, ist im Übrigen 333 cm lang. Bedienelemente Auf der Rückseite befinden sich die Bedienelemente. Links unten sehen wir die Power-Taste. Darüber sind selbsterklärende Zeichen. Links Akku an, Mittelstrom aus, rechts Netzteil an. Außerdem sehen wir hier noch zwei Akkuslots für die bereits erwähnten Sony-Akkus. Der Drehregler links reguliert die Farbtemperatur, HSI oder die Szenen. Drücken und drehen verändert die Szenen. HSI steht übrigens für H, Farbton, S, Sättigung und I, Hellwert. Der rechte Drehregler reguliert die Helligkeit. Die letzte Taste ist für den Modus und Kanal zuständig. Alles außer die Steuerung des Keldienwerts und der Helligkeit empfehle ich über die App zu machen, da das über die Regler etwas umständlich ist. An sich auch recht schlüssig. Ihr habt die App mit den ganzen Funktionen ja bereits vorhin im Video gesehen. Da geht das einfach einfacher drüber. Vergleich mit meiner Vierer Softbox Mein Plan war es, eine meiner Softboxen zu ersetzen. Dabei handelt es sich um so ein preiswertes Softbox mit 435 Watt, 5500 Kelvin Energiesparbieren. Deswegen habe ich auch direkt mal einen Lichtvergleich gemacht. Dazu habe ich beide Lichter in 3 Meter Abstand aufgestellt und die Kamera so eingestellt, dass es nahezu so aussieht, wie ich das hier mit dem Auge selbst sehe, Film ab. Die Helligkeit des Panels ist mir bei 5500 Kelvin zu gering. Wir haben gerade gesehen, wie sich das im Vergleich verhält. Je nachdem, ob wir RGB nutzen oder die gelben RGBs dazuschalten, ändert sich dies. Allerdings waren für mich die 5500 Kelvin am wichtigsten, weil ich diesen Lichtwert meistens eben benötige. Mein Fazit Der Strahler ist gut verarbeitet und bietet viele Möglichkeiten. Für meinen Anwendungszweck, wo ich möglichst helles Licht mit um die 5500 Kelvin haben will, eignet er sich allerdings nur bedingt. Wie ihr gesehen habt, kann ich damit nicht die jetzige Softbox ersetzen. Ein Vorteil dieser ganzen LED Videolammen ist, dass sie mit Akkus betrieben werden können. Die meisten sogar mit den typischen Sony Akkublocks. Aber es gibt auch Modelle mit V-Montage, oft auch als V-Lock-Akku bezeichnet. Die sind deutlich teurer und einer von Newer kostet zum Beispiel direkt um die 100 Euro. So viel nur als Tipp nebenbei, wenn ihr euch für den Akkubetrieb interessiert. Die App ist recht nett und hat, wie ihr bereits gesehen habt, so einige Spielereien zu bieten. Auch unter anderem solche Disco-Modi und Stroboskop-Lichter. Für meinen Anwendungszweck ist das aber auch hier wieder nicht wichtig. Trotzdem wisst ihr jetzt über alles Bescheid, was man meiner Meinung nach wissen sollte. Mit den RGB-LEDs lässt sich jede Farbe wählen und wir können damit Akzente setzen. Momentan benötige ich das aber nicht wirklich und das weiße Licht ist mir nicht hell genug, weshalb der Strahler auch zurückgeht. Ich benötige den, wie gesagt, um eine Softbox zu ersetzen und nicht so als Akzente-Licht. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall noch direkt einen weiteren bestellt, der laut Angabe ordentlich mehr Licht abgibt. Bzw. die Angaben zu den Lux-Lumen-Werten sind deutlich höher. Bald werden wir das auf jeden Fall sehen, denn da wird es auch wieder einen Testbericht geben. Alles in allem fand ich den Strahler interessant. Er ist gut verarbeitet und hat viele Funktionen. Ihr wisst es auf jeden Fall über alles Bescheid. Das war ein weiterer Testbericht von mir für dich und ich hoffe, er hilft dir weiter. Den Link zum Artikel und zum Produkt findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das war es auf jeden Fall von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video.